Musik Musik ...haben wir unsere Besprechung und wir eure Besprechung. Thomas zieht alle raus. Außer Berliner Weg. Und dann da... Einzelgespräch. Wir müssen mit unserem Einzelgespräch... wann anfangen? 3.30 Uhr 3.30 Uhr 10 bis 13 Besprechung und dann 15 Minuten und dann 15 Minuten Hallo ihr Lieben, guten Morgen, mein Mann und ich sind hier schon im Meeting Raum, bereiten uns vor, warten auf die anderen, es gibt so viel zu besprechen, 2019 wird gerockt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. wiederholen, dass wir vielleicht uns einmal im Jahr wirklich mal alle treffen. Also ich verabschiede mich hiermit, wenn ihr noch irgendwas habt oder noch irgendwas besprechen wollt. Ich bin heute in der Lobby. Dankeschön und wir sehen uns alle ja noch. Ihr könnt mir jederzeit irgendwie schreiben, aber heute Abend können wir uns dann feiern. Hallo ihr Lieben, unser Kick-Off 2019 ist jetzt mit der letzten Besprechung zu Ende. Wir haben viel mit unserem eigenen Team aus Horb gesprochen, wir haben viel mit unserem Team aus Berlin gesprochen und wir hatten sehr viele Besprechungen mit unseren Miss Lashes Trainern. Ich denke, wir haben etwas Großartiges gezaubert für euch, etwas auserarbeitet für euch und das werden wir euch auch 2019 peu à peu präsentieren.